Liebe Chardonnay-Freunde, endlich ist es soweit. Das lange Warten hat ein Ende. Heute füllen wir unseren 2018er Edition G&M Chardonnay Trocken ab. Dieser Chardonnay besticht durch seine feine Aromatik nach reifer Banane und seiner milden Säure. Habt ihr Lust auf einen frischen, fruchtigen Chardonnay, dann werdet ihr euch den jetzt in unseren Weinshop www.weint.machner.de bestellen. Sehr zum Wohl und viel Spaß mit unserem frischen, fruchtigen 2018er Chardonnay Trocken. Euer Winzer Markus Machner